Ja, hallo ihr bei Deutschlandwetter zu einem neuen Video. In diesem Video blicken wir mal auf das Wetter in den kommenden Stunden und in den kommenden Tagen. Wir fangen an mit dem Wetter von heute Nacht oder eher gesagt von heute Abend. Denn dort kommt das Schneetief langsam nach Deutschland rein, liegt aber am Abend noch über den Niederlanden und bringt dort einige kräftige Schneeschauer. Im Osten haben wir auch ein Schneefallgebiet Richtung Sachsen, also Richtung Dresden. Das schwächt sich aber im Laufe des Abends langsam ab. Dann bewegt sich dieses Schneetief oder dieses Polartief langsam südwärts oder eher gesagt südostwärts und dann später ostwärts und bringt kräftige Schneeschauer. Am oberen Rand von NRW in Niedersachsen, Teile Bremens, aber auch Schleswig-Holstein wird betroffen sein. Dort können schon dann die Straßen auch glatt werden. Im Laufe des Vormittags ziehen dann diese Schneefälle oder diese kräftigen Schneefälle langsam nach Südosten und werden sich teilweise noch weiter verstärken, aber sie schwächen sich dann doch Richtung Mittag langsam ab. Und von Nordwesten kommen weitere Schnee, Schneeregen, Graupelschauer örtlich. Es sind auch einzelne Graupelgewitter möglich, die dann da auf uns zukommen. Dann blicken wir auf den Freitag oder eher gesagt, wir springen auf den Freitag. Dort wird es am Niederrhein, also westliches NRW, Niederrhein, Teile Niederlanden, Niederlanden, aber auch Belgiens am Ende werden dann von kräftigen Schneefällen überrascht werden sozusagen. Dort könnte es nullkommanichts, könnten die Straßen glatt werden, denn das ist zwar ein kleines Schneefällegebiet, aber ein recht heftiges. Dieses Schneefallgebiet zieht dann langsam weiter südwärts und bringt dann auch noch meistens etwas Schnee, vor allem an der Grenze von Deutschland und Frankreich sind örtlich dann Schnee oder eher gesagt kräftige Schneefälle zu erwarten. Und unter anderem an den Alpen gibt es auch ein bisschen leichten Schneefälle, also dort flöckelt es ein bisschen aus den Wolken. Jetzt kommen wir mal zur Schneebombe oder zu diesem Schneemonster, das uns dann von Osten erreichen könnte oder Deutschland erreichen könnte, würde am Samstagabend schon in den Osten reinziehen, teilweise mit sehr, sehr kräftigen Schneefällen auf Schneehöhen, dem kommen wir gleich noch zu sprechen. Und dieses Schneetief oder diese Aufgleitwarnfront eines Tiefs wird sich dann weiter Richtung Westen wegen. Es ist noch nicht so sicher, wie weit das Schneefallgebiet denn so nach Westen kommt. Auf jeden Fall im Osten ist es 100% sicher, dass es dort schneit. Im Nordosten an der Ostsee ist auch ein bisschen Regen mit dabei, also so ein Wechselspiel aus Regen und Schnee. Jetzt kommen wir auf die Schnee hinzusprechen, schauen wir auf das EZMWF-Modell. Das sieht im Westen teilweise 8 cm am Niederrhein, aber wir schauen uns mal in den Osten, nach Sachsen. Dort sind örtlich 25 bis 30 cm möglich, aber auch in Berlin 5 bis 10 cm. Und generell in einem Streifen von Sachsen nach Baden-Württemberg werden wir meist 5 bis 30 cm an Schnee bekommen. Und man sieht hier auch gut die Mittelgebirge. Das Modell der Kanadier, gerade war es das EZMWF-Modell und jetzt der Europäer und jetzt das der Kanadier. Und das sieht auch ebenfalls dort, wo das EZMWF-Modell Schnee sieht, sieht auch das kanadische Modell Schnee. Höhen von um die 5 bis 10, teilweise auch 15 oder 20 cm, auch in diesem Streifen von Sachsen nach Baden-Württemberg. Schauen wir dann auf das EZMWF-Modell. Das sieht ebenfalls in Sachsen einige Zentimeter an Schnee, vor allem am Erzgebirge Dresden. Sonst fällt nicht so viel Schnee, meist 2 bis 4 cm, im Westen örtlich 1 bis 3 cm, sind dann sogar bis ins Flachland durchaus möglich. Zum Schluss schauen wir uns das Ganze noch nach dem GFS-Modell an. Und das GFS-Modell sieht ebenfalls im Osten eine Menge Schnee, teilweise 5 bis 15, teilweise auch 20 cm. Aber auch gut, die Mittelgebirge stechen hier gut heraus an diesen dunklen Farben. Sonst fällt im Flachland teilweise 1 bis 5 cm Schnee, also immerhin mal ein bisschen Schnee fürs Flachland, teilweise auch fürs Flachland im Nordosten. Aber dort, wie gesagt, könnte das Ganze mit Regen vermischt sein. Zum Schluss noch der Westen und der Osten in den Temperaturen in 1500 Metern Höhe und die Niederschlagsignale. Jetzt kommen wir in ein paar Tagen, also nächste Woche kommen wir in einen Wärmeberg, der sich aber eventuell nicht bis zum Boden durchsetzen wird, denn es wird ein Hoch drauf liegen. Und dann, wenn man weiter zum Fersergezettraumsende geht, sieht man weite Ausreißer nach unten, aber auch Ausreißer nach oben. Und dabei haben wir immer wieder ein paar Niederschlagsignale. Hier jetzt für den Westen steht auch oben drüber. Das Ganze schauen wir uns auch für den Osten an. Auch hier geht es dann hoch auf den Wärmeberg, Wärmeberg sozusagen. Und dann zum Ende des Fersergezettraums sind auch hier die Ausreißer nach oben und nach unten sichtbar. Und die Niederschlagsignale kann man hier auch gut erkennen. Man sieht auch, ob den grünen Hauptlauf wieder nach oben geht und dann zum Ende des Fersergezettraums komplett abstürzt. Also bei dieser Wetterlage ist alles, alles möglich. Und dann sehen wir uns dann wieder morgen oder übermorgen in einem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr an dieser Stelle ein Like und ein Abo da lasst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Und ciao.